So, heute kommen wir dazu, das Macbook mal zu reinigen. Wie man sieht, sind auf der Unterseite längst vier Schrauben, oben vier Schrauben. Gut, dann fangen wir mal an. Beim Reinschrauben der Schrauben ganz doll drauf achten, die sind leicht schräg. Das heißt, nicht einfach gerade drauf und reinziehen. Sonst macht ihr die Gewinde kaputt. Drei Schrauben sind etwas länger, da müsst ihr dann drauf achten. Kann ich euch mal eben zeigen. Nummer zwei. Nummer drei. Wenn ihr alle drei Schrauben runter habt, vorsichtig die Bodenplatte von hinten nach vorne hochheben. Wie man sieht, ist es komplett Aluminium. Und obwohl ich es regelmäßig sauber mache, sieht man auch jetzt schon, dass sich sehr viel Staub wieder abgesetzt hat. Das machen wir dann erstmal wieder sauber. Beim Macbook das gleiche. Akku sitzt hier vorne. Festplatte hier. Das Superdrive-Laufwerk hier. Und das ist für uns interessant, der Lüfter. Das Kabel geht hier vorne hin. Das ziehen wir vorsichtig ab. Wir machen drei Schrauben los. Nummer eins. Nummer zwei. Und Nummer drei. Nehmen den Lüfter vorsichtig raus. Und wie man sehen kann, obwohl ich es vor einer Woche gereinigt habe, haben wir hier schon wieder einen halben Bär. Dann nehmen wir einmal den Lüfter, halten den von unten fest, pinseln da ordentlich durch, auch von innen ordentlich. Einmal reinpusten, zur Seite legen und von innen ordentlich sauber machen. Dann kann man mit Fensterreiniger noch einmal leicht den Lüfter einsprühen. Mit einem ordentlichen Lappen abtrocknen. Niemals übers Macbook. Weil das ist eine Tatsache, die bestätigt sich leider immer wieder. Macbook und Wasser. Das sind zwei Sachen, die leider absolut nicht zusammenpassen. Lüfter wieder rein. Alle Schrauben wieder rein. Die längste kommt nach links oben. Die zwei kurz, äh, kleinen, rechts und links daneben. Stecker vorsichtig wieder drauf. Einmal kontrollieren, ob alles sauber ist. Und dann wieder zusammenbauen. Die drei langen Schrauben rechts und links wieder daneben. Also von rechts oben angefangen nach links. Und die kleinen Schrauben leicht angewinkelt rein. Die drei langen Schrauben sind fertig. Ganz schön. So die letzte Schraube. Umdrehen, ausprobieren ob es funktioniert, alles funktioniert, fertig.